In die Chaoten-Kombüse, heute sogar zu dritt, bei Wettrüsten, neuer Spielmodus, wird er vorschützt. Genau, das wollen wir uns jetzt mal zu Gemüte ziehen. Wir haben alle keine Ahnung wie es geht. Das sind sogar nur 10 Schiffe. Auftrag erzielen, halten. Na, da kommen die Kloppen erst auf. Ja. Ach so. Dann habe ich nichts gesagt. Ich habe keine Ahnung, das wird erstmal überraschen. Planlos sind sie fecht. Genau. Vor der Polizisten. Was hast du die Punkte? Ja. Boah, boah, boah raus. Wehe, du pennst, Neptun. Ich schieße dich aus dem Leben. Also rauchen tut dir noch nichts. Du hast aber kurz gelaggelt. Alter, da sind sechs Schlachtschiffe drin hier, ne? Zwei Kreuzer, wie behindert. Ach, der ist da. Du musst du dir auch erstmal erobern, ne? Du willst ja nicht, ne? Du willst ja nicht, dass du was drin fährst, oder so? Ich starte mal einen Flieger, ne? Ich spare dir den doch mal noch. Ich spare mir den Flieger. Ich spare dir den Flieger. Ich spare dir den Flieger. Das wird ja lustig. Ein Zerstörer. Das ist noch ein Punkt für Jungen. Alter, der läuft in eine Minute aus. Ne, ich glaube, der aktiviert sich erst in einer Minute, oder? Der läuft doch die Zeit runter, oder? Der geht nicht. Eine Zeit runter, bis er aktiv ist, muss ich sagen. Wie wird es denn der Zeit da hinkommen? Ja. Nächster Branche. Schließen wir noch nichts. Jetzt müssen wir die Donskoy aufs Korn nehmen. Ja. Dann gehe ich den Off auf 15,7. Das juckt mich ja schon im Finger, ne? Weil wir könnten auch die Kurfürst aufs Korn nehmen, der ist alleine da. Ja, und die Z. Und schon hier die Montana auf. Danke. Ich bin hinter dir direkt, direkt. Ich muss sagen, auf was wir schießen sollen. Sekundär, ich bin schon offen. Ich auch. Jetzt schieß mal auf die Donskoy. Hallo, markieren, Donskoy. Oh, das ist neu. Alles klar. Oh, alles abgeprallt auf der Dings. Ja, die Dessy, die ist schnell raus. Schauen wir sie mal trifft. Lade nach, das Schiff. Scheiße. Scheiß Schiff. Ich versuche den anderen Punkt anzufahren. Ich kann hier aber so einen Kopfhörsen schießen. Oh, mit weh. Ne, das meint's. fashionedens schießen, was sie machen. Setzt nebelt sich. Machsten auf. Ja, hallo. Danke. Ach nee. Also hier macht man ja keinen Schaden. So. Ja, der Kugel. Der Kugel ist voll. Alter, was macht denn da Minutau, Shima, Kase, die sind alle über uns. Ich will noch einmal schießen. Also ich glaube hier die Montana, unsere, die hat dann kapiert, um was da geht hier. Wir sehen uns morgen aber schon bereit. Na, ich weiß nicht, was war. Dann müssen wir uns einen kaufen. Ja. Ja. Wenn du dann vielleicht dann schaust du mal herst. Dann kannst du mal herst. Dann kannst du mal herst. Dann kannst du mal herst. Gib her. Dann kannst du mal her. So... So... Wie denn... Sushi und Sach nichts hier. So schön da bin ich nicht. Oh ne... Schau mal bei. Hey. Hey... Ich habe freu ever gestalten, den Nachrichten am besten gegeben. die Dahl ist für eine hier ist nischt hier ist keine Flugabwehr nischt so viel so darf ich ich bin bin schon dabei mit brennenden Fahnen mit brennenden Fahnen, sprichwörtlich mit Eier, ne oder welche Salmonellen 13.9 ja ja gönn dir das sieht ich brauche ne Schere das spült mal wieder alles frei ja ist denn diese kleine verfickte Kackschere ja alles gut haben wir überhaupt irgendetwas gekriegt? einmal ein buff hatte ich irgendwas mit 5% Sichtbarkeit öffnen sie die Haare um die Buffs zu sehen ja das habe ich auch im totbildschirm gekriegt ja was machst du? die sind noch ich will sie nicht essen ne also bei einem Messer mach das dann klack und mit einer Hand aber ne lieber nicht bei dir das was das heißt du sollst nichts essen wenn die Eier nicht nicht riechen und wenn sie im Wasser untergehen dann ist die Chance auf Salmonellen zumindest geringer nö gibt es nicht muss ich es eben zu sehen zu sehen auf jeden Fall gewinnen wartet da haben wir denn noch nepto, mino, moderna ja aber der kurzen und der kurze Zeit 103.000 Schaden zwei Schiffe rausgenommen vom Vizitas na super hast du aber Glück gehabt weil du da hinten gefahren bist ich bin mal wieder vorgefahren und hab mal wieder nisch gekriegt und nach dir also hörst du ja man ja und trotzdem ja aber alle mehr schauen ich mach dir jetzt weg ja das ist wahrscheinlich bei einem Modus hier alles drin werden das ist nicht der Sinn der Sache ja schon jahre schlachtschiffe iiii sushi aber wir haben es getan das war ja eine Rummel und Flugzeuge und das ich wusste ja gar nicht wo ich genau überall hinschießen soll ja aber hast du keine Panik gekriegt ich hab's ich hab's nicht so gezeigt hättest du mich gesehen wie ich hier vorgesessen habe mit großen Augen und überall rumgel guckt und da schießen ja warte mal was hast du hier und reparieren und Flugzeuge markieren und warum ist jetzt die Mino nicht in den Kreis drin gefahren weil die dumm ist ich bin schon im Hafen nein wir sind nicht im Hafen und erst die Runde fertig auf den Namen nee ich hab schon aufgedruckt abgebrochen nischt wir würden nicht abgedruckt hast du noch gedruckt hä? was? hast du noch gedruckt ja logisch weil ich wusste dass du abbrechen tust weil du das nämlich immer machst wenn du verlierst oder was auf die Fresse kriegst dann wird abgedruckt nee das war jetzt zu kurz als wenn wir jetzt länger gespielt hätten und jetzt laufen lassen ist doch real waren jetzt so 10 Minuten schöne Runde so A-Ketten die holt sich jetzt die loskeulen und dann ist sie vorbei also auf das Halloween Event freue ich mich ja du also mit den mit den U-Booten wendet funktioniert alles was vernünftig ist hab ich nischt den U-Boot das ist halt gewesen warum wir so gesagt haben ja U-Boote nicht weil wie soll man das wie soll man das matchen wie soll man das hinkriegen ist ja teilweise schon mit den Flugzeugträgern und den D-Ds äh ziemlicher rummel gewesen ja oder ist teilweise noch 14 Kohle habe ich jetzt gekriegt oh guck mal ich bin so ja letzter was droht 342.000 können jetzt 100.000 10.000 Erfahrungen ja ein hier täglicher Auftrag sehr gut ach dazu nice 13.000 Erfahrungen ja aber Moment aber das war mit dem Friedrich ich äh so fisch auch noch mit dem Glück nachher nicht immer so das sollte gewissen sein für dieses Auftrag also habt ihr mal gesehen wie man es nicht machen sollte genau den bis zum nächsten Mal tschüss 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 tschüss